Ei, 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 wir müssen sehr stark sein, denn das Update, was alle erwartet haben, dass es am 14. April kommt, weil dort ja auch der Lock-In-Kalender abläuft, kommt nicht wie erwartet. Wir werden morgen nicht den Lands Master bekommen, wir werden nicht Südwehren bekommen und so weiter. Und das Ganze wurde hier in diesem Post endlich bestätigt. An diesem Punkt muss man ganz klar sagen, Amazon Games hat es aktuell überhaupt nicht drauf, Dinge zu uns oder an uns zu kommunizieren. Denn die brauchen viel zu lange, wenn die etwas sagen, dann nie mit einem Datum oder irgendwie sowas. Es ist einfach nur, oh ja, hier, Roadmap, da kommt irgendwie was, kein Release-Date, weil die anscheinend ganz genau wissen, dass die Probleme einfach im Background haben, also im Hintergrund. Und nicht mit allem so zurechtkommen, wie sie gerne würden, glaube ich. Und von daher ist jetzt folgendes passiert. Morgen wird es ein Patch geben oder halt wieder eine Server-Downtime, wie immer. Ja, also so wie jede Woche Donnerstags werden die Server runtergefahren. Sage und schreibe, acht Stunden werden die Server morgen offline sein. Es geht los um neun Uhr morgens, wenn ich das Central European Standard Time müssten dann halt unsere sein. Also neun Uhr morgens und dann für ganze acht Stunden. Also ziemlich den ganzen Tag, tagsüber, gut, die meisten sind eh auf der Arbeit oder halt, na gut, das sind Schulferien. Also auch nicht so geil für die, die halt frei haben. Aber gut, sei es drum. Es wird passieren. The team will be making changes to the back-end structure. Also wir werden wohl irgendwas ganz Großes verändern. To prepare for the content update coming later this month. Ganz ehrlich, later this month? Maka, die Hälfte des Monats ist vorbei. Wann soll der Patch kommen? Am 21. würde ich jetzt vermuten. Denn folgendes, dadurch, dass morgen in der Login-Kalender endet, ihr müsst heute alles einsammeln. Ganz, ganz wichtig. Also alles, was ihr irgendwie mit dem Login-Kalender zu tun habt, das steht ja auch hier unten noch, müsst ihr heute einsammeln. Ab morgen geht das wohl nicht mehr und dann gilt halt so ein 7-Tage-Login-Kalender, wo wir diese Dinge hier bekommen. Regulus Light Currency Chest, das sind glaube ich Silbertruhen, das heißt 100.000 pro Truhe, das sind 500.000 Silber. Battle-Item-Chest, einfach ein paar Kampf-Items. Phoenix, also die Federn zum Wiederbeleben, 30 Stück. Fusions-Material-Selection-Chest. Leaps Essence, das sind diese grünen Tränke, glaube ich, für die Life-Skills. Und nochmal Unas Tickets, halt um, ja, um Dailies zu kompleten, ohne dass wir sie wirklich spielen müssen. Nichts weltbewegendes, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Werden wir jetzt halt nochmal für, eigentlich ist das die Entschuldigung dafür, dass der Patch um eine Woche verschoben wird. Finde ich jetzt nicht so geil oder nicht so atemberaubend. Ah, Mann, also, kein Plan, was da abgeht. Please be sure to claim any attendance rewards previous period before tonight's maintenance. Also das ist ganz, ganz wichtig. Bis morgen früh um neun müsst ihr die aktuellen Rewards einsammeln, denn sonst sind diese weg. Sie entschuldigen sich. Gut. Das war das Mindeste, denn man muss einfach sagen, die Kommunikation von Amazon Games ist aktuell einfach nur eine absolute Katastrophe. Es ist viel zu wenig, viel zu, also, die Transparenz fehlt einfach vorne und hinten. Sie warten bis zum letzten Tag, wo die ganze Community rätselt, okay, werden wir morgen nun ne Landsmaster bekommen? Ja oder nein? Und dann droppen sie, nein, ihr bekommt den nicht. Okay. Ey, das ist schon, das ist schon kritisch, muss man sagen. Positiv ist, wir haben ne Woche länger Zeit, um Mats zu farmen, Chaos Dungeons zu farmen, was auch immer. Was alle dachten, weil ja auch der Grand Prix, das Grand Prix Event wurde ja auch um ne Woche verlängert. Das ist der Grund. Jetzt hab ich mir schon fast gedacht, wir haben am Montag im Stream darüber gerätselt, was wohl der Grund war. Genau das ist einfach der Grund. Und die haben das, die haben den Grand Prix einfach um, das ganze Event, um eine Woche verschoben oder verlängert, ohne irgendwas zu kommunizieren. So. Und das war so, die wussten da schon, vor wenigen Tagen wussten die schon, dass sie es nicht schaffen werden. Das heißt, alles, was ihr irgendwie aus dem Event zumindest holt, aus dem Grand Prix, werdet ihr nicht mehr für den Landsmaster benutzen können. Denn das Grand Prix Event geht nur bis zum 21. und Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass der Landsmaster am 21. halt dann kommt, nach der Maintenance. Und dann sind die Bücher aus dem Grand Prix Event halt nicht mehr gültig. Das ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Das heißt, ihr habt eine Woche länger Zeit zu farmen, was zumindest so Mats angeht. Aber die Bücher aus dem Grand Prix Event gehen nicht mehr. Und wir kriegen den Landsmaster nicht morgen, sondern vermutlich am 21. Leute, bis hierhin, sorry, dass es schlechte Nachrichten waren, aber es sind Nachrichten, von daher bringe ich sie euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal für mehr Dostar-Content und schaut unbedingt in den Streams vorbei, denn wir raiden gemeinsam, wenn du dabei sein möchtest. Schaut einfach rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.